Herzlich willkommen zu unserem Schulungsvideo für die Terminverwaltung. In diesem Video schauen wir uns die Oberfläche des Kalenders an und gehen auf die wichtigsten Funktionen ein. Den Kalender finden wir in der Modulleiste auf der linken Seite. Als erstes schauen wir uns die Oberfläche an und anschließend erstellen wir einen neuen Termin. Oben links finden Sie unter Ansicht die Möglichkeit, Ansichten zu konfigurieren und zu wechseln. Aktuell sind alle Termine eingestellt. Somit werden alle Termine aus Gruppen oder von anderen Benutzern angezeigt. Wenn Sie sich Termine eines Benutzers anzeigen lassen möchten, können Sie in der Auswahl auf Termine eines Benutzers umstellen. Direkt unter dem Feld finden Sie den Eintrag Benutzer. Hier können Sie jetzt sich selbst oder einen Kollegen eintragen, zum Beispiel meinen Kollege Herr Karls. Wenn ich nach dem Herrn Karls suche und auswähle, dann switcht der Kalender um und zeigt nur noch die Termine von dem Herrn Karls an. Benutzen Sie Gruppen, können Sie sich alle Termine Ihrer eigenen Bürogruppe anzeigen lassen oder Sie wählen eine separate Gruppe aus. Wenn Sie sagen Termine einer Gruppe, erscheint unterhalb die Möglichkeit, eine andere Gruppe auszuwählen und sich die jeweiligen Termine der gesamten Gruppe anzeigen zu lassen. Unter Termine nach Auswahl erhalten Sie die Möglichkeit, einen individuellen Kalender zu erstellen. Wenn Sie neben eigener Auswahl das Stiftsymbol betätigen, können Sie über das Suchfeld weitere Benutzer, Gruppen oder Ressourcen, wie zum Beispiel Ihr Fuhrpark oder einen Konferenzraum hinzubuchen. Ich möchte mir nun einen Kalender erstellen von meinem Kollegen Herrn Robert Karls, von mir selbst und außerdem über meine Ressourcen und mein Firmenfahrzeug. Diese drei Kalender möchte ich nun übernehmen und erhalte einen separaten, individualisierten Kalender. Die eigene Auswahl wird oben links blau. Das bedeutet, dass sich unter diesem Feld mehrere Einträge befinden. Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, finden Sie unterhalb der Auswahlkonfiguration Ihre Kalender. Hierbei können die Monate über das Auswahlfeld oder über die kleinen Pfeile konfiguriert werden. Das Jahr stellen Sie direkt daneben ein. In der Kalenderübersicht erkennen Sie rot gekennzeichnete Zahlen. Hierbei handelt es sich um Feiertage, die in den Grundeinstellungen konfiguriert werden können. Wenn Sie den Monat wechseln, zum Beispiel über die Switch-Funktion, erkennen Sie direkt, ich befinde mich jetzt gerade im November 2021. Die untere Ansicht steht jedoch noch auf September und Oktober. Die unteren beiden Kalender aktualisieren sich erst dann, wenn Sie einen Termin ausgewählt haben. Somit habe ich jetzt zum Beispiel den 14. November in der Kalenderhauptübersicht gekennzeichnet durch eine fette Beschriftung. Und unterhalb erkenne ich den Dezember und Januar. Zurück in der aktuellen Woche schauen wir uns nun die Kalenderhauptübersicht an. Aktuell steht die Ansicht auf Woche. In den oberen Reitern definieren Sie, was genau angezeigt werden soll. Mit dem Reiter Tag werden nur Termine von dem jeweiligen Tag angezeigt, beziehungsweise von dem Tag, den Sie links im Kalender angeklickt haben. Bei dem nächsten Reiter Arbeitswoche werden nur die fünf Wochentage angezeigt. Das Wochenende wird somit ausgeblendet. Wenn Sie das Wochenende einblenden möchten, weil Sie zum Beispiel auch private Termine in Enterprise pflegen möchten, stellen Sie den Reiter auf Woche ein. Somit werden wieder alle sieben Tage der Woche angezeigt. Mit dem Reiter Nächste sieben Tage werden die nächsten Tage anhand Ihrer Auswahl angezeigt. Im Kalender habe ich den 25. August ausgewählt. Somit erhalte ich nun von dem 25. August bis zum 31. August alle Termine angezeigt, wobei der Mittwoch als erstes dargestellt wird. Schauen wir uns nun die Aktionsleiste an. Als erstes haben wir die Funktion, um einen neuen Termin zu erstellen. Dies ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, einen Termin anzulegen. Sie können auch an einer beliebigen Stelle im Kalender doppelt klicken und es öffnet sich das Terminfenster, um einen neuen Termin anzulegen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über das kleine Plus-Symbol in der oberen linken Ecke ebenfalls einen Datensatz anlegen zu können. Haben Sie einen Termin erstellt per Doppelklick, wird das jeweilige Datum und die Uhrzeit direkt vorausgewählt. Zusätzlich haben Sie noch Einstellungsmöglichkeiten in der Aktionsleiste. Unter Einstellungen rufen wir diese auf. Als erstes können Sie entscheiden, wie vergangene Termine angezeigt werden sollen. Mit Transparent werden diese Termine etwas blasser dargestellt, wie in meinem Beispiel der Urlaubstermin etwas blasser ist, als der Urlaubstermin, der am 26. August stattfindet. Möchten Sie, dass alle Termine gleich dargestellt werden, stellen Sie diese Auswahl auf Normal. Als nächstes können Sie die Darstellung festlegen. Eigene Termine hervorheben bedeutet, dass Termine, in denen Sie als Teilnehmer eingetragen sind, vollständig gefärbt werden. Das Beispiel hierzu, die grünen Termine, dort bin ich als Teilnehmer hinterlegt. Die Termine mit einem gelben Rand sind keine Termine von mir, sondern von einem Kollegen. Alternativ hierzu kann farbig eingestellt werden. Bei dieser Auswahl werden alle Termine vollständig gefärbt. Die Termine der eigenen Gruppe in der Benutzerfarbe anzeigen, bedeutet, wenn Sie das Gruppenmodul verwenden, werden alle Termine der eigenen Gruppe in Ihrer Benutzerfarbe angezeigt. Also in meinem Beispiel würden alle Termine meiner Gruppe in grün dargestellt werden, auch wenn ich nicht der Teilnehmer bin. Welche Farbe die Termine generell haben, stellen Sie unter Terminfarbe ein. Hierbei können Sie zwischen Benutzer und Terminart wählen. Einerseits kann jeder Benutzer seine eigene Farbe in den Benutzereinstellungen selbst hinterlegen. So habe ich für meinen Benutzer grün gewählt und mein Kollege hat gelb gewählt. Andererseits können Sie aber auch Ihren Terminarten in der Administration Farben vergeben. Stelle ich nun diese Auswahl auf Terminart und speichere das ab, wird nun jeder Eintrag in der jeweiligen Terminfarbe dargestellt. Besichtigungstermine sind hierbei blau, Besuch des Kunden im Beratungsbüro sind grün, Vertragstermine sind braun und Urlaub wurde rot hinterlegt. Weiter geht es mit der Herkunft. Auch hiermit steuern Sie, welche Termine angezeigt werden sollen. Nutzen Sie die Sync-Funktion, zum Beispiel über Memoto oder Z-Push, können Sie mit dieser Auswahl entscheiden, ob Sie nur Termine aus OnOffice Enterprise, nur den Sync-Diensten oder alle sehen möchten. Bevor wir uns nun einen neuen Termin anschauen, gibt es noch eine praktische Funktion zur Handhabung von Terminen. Es ist möglich, Termine per Drag & Drop zu verschieben. Nehmen Sie sich einen Termin und ziehen diesen an einer beliebigen anderen Stelle. Sobald Sie loslassen, wird der Termin an der jeweiligen Position festgesetzt und eingetragen. Dies können Sie am selben Tag oder tagübergreifend vornehmen. Verschieben wir diesen Termin noch einmal zurück. Legen wir nun einen neuen Termin an. Wie gesagt, über den Button in der Aktionsleiste mit einem Doppelklick oder über das Plus-Symbol. Mein neuer Termin soll am Freitag um 11 Uhr stattfinden. Ich klicke doppelt in das Feld und wie Sie erkennen können, sind schon die richtigen Daten direkt bei Beginn und Ende eingetragen. Stelle ich den Termin nun jedoch auf 11.30 Uhr um, erkennen Sie eine Meldung, die Sie darauf hinweist, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Überschneidung gibt. Das kommt daher, da ich um 11.30 Uhr bereits einen Besichtigungstermin mit Wegzeit eingerechnet habe. Das bedeutet, um 11.30 Uhr wäre ich schon unterwegs zu dem Besichtigungstermin. Über das kleine Informationse-Icon ganz oben rechts können Sie sich genaue Informationen zu der Überschneidung geben lassen. Da dieser Termin nicht passt, stelle ich wieder zurück auf 11 Uhr. Die Terminart wird in der Administration definiert. Die Auswahl, die Sie hier erkennen können, ist standardmäßig hinterlegt. Sie können aber auch weitere Terminarten über die Administration hinzufügen und verwalten. Haben Sie nun zum Beispiel einen Besichtigungstermin ausgewählt und die Terminnachbereitung aktiviert, bekommen Sie eine Meldung, dass aktuell noch keine Adresse verknüpft wurde. Die Terminnachbereitung schauen wir uns später an. In dem Betreff schreiben Sie rein, worum es genau geht. In meinem Fall ist das nun ein Besichtigungstermin für die Immobilie AF 437. Über den Terminstatus wird definiert, ob dieser Termin aktiv, abgesagt oder erledigt wurde. Dieses Jahr nun ein neuer Termin, also lasse ich diese Auswahl auf aktiv. Unter den Notizen können Sie noch weitere Hinweise hinterlegen, wenn Sie zum Beispiel noch Dokumente mitnehmen möchten oder wenn dieser Termin zu einer Aufgabe gehört. Hierbei könnte dann zum Beispiel die Aufgabennummer reingeschrieben werden. Beginn und Ende werden auf die richtigen Angaben gestellt. Hierbei werden auch nicht gültige Angaben geprüft, wie zum Beispiel der 30.2. Wenn das Enddatum, wie in diesem Beispiel, nun vor dem Beginn liegt und Sie versuchen, diesen Termin zu speichern, erhalten Sie direkt eine Fehlermeldung, dass das Ende des Termins nicht vor dem Anfang liegen kann. Mit der Wegzeit können Sie vor und nach dem Termin Ihre Anfahrt einblenden lassen, wenn Sie zum Beispiel zu einem Besichtigungstermin fahren. Ein Beispiel hierzu sehen Sie bereits über den Besichtigungstermin, der im Anschluss folgt. Auch hier wurde die Wegzeit eingeblendet und vor dem Termin sowie nach dem Termin sind gestrichelte Linien. Die Wegzeit kann direkt neben dem Häkchen eingestellt werden. Wenn ich dies jedoch nun anhake, erscheint direkt eine weitere Fehlermeldung, dass es wieder zu einer Überschneidung gekommen ist. Wählen wir daher eine andere Uhrzeit aus. Der Termin steht nun auf 10 Uhr. Ich habe keine Fehlermeldung mehr, dass es zu einer Überschneidung kam und kann nun mit der Wegzeit weitermachen. Falls es sich um einen Ganztagstermin handelt, könnte dies an dieser Stelle definiert werden. Ganztägige Termine werden in der Kalenderübersicht auch separat aufgeführt. Hierzu gibt es ganz oben in der Kalenderhauptübersicht einen separaten Bereich, definiert mit der Kennung 0 bis 24 und den eingetragenen Termin. Auch wenn Sie nun in dem Kalender scrollen, bleibt der Ganztagstermin immer oben angeheftet. Mit dem Terminort definieren Sie, wo dieser Termin stattfindet. Zu Anfang finden Sie die Einträge Firma und Benutzer. Hierbei werden die Adressen aus dem Benutzer oder Ihren Grunddaten genommen. Mit Sonstige können Sie eine individuelle Adresse eintragen. Und mit Videokonferenz können Sie Meeting-Links, wie zum Beispiel Google Meets, Microsoft Teams oder Zoom-Links hinterlegen und später in der Terminbestätigung ausgeben lassen. Neben diesen Startangaben können Sie aber auch eine Immobilie oder Adresse verknüpfen. Über das Plus-Symbol, zum Beispiel bei der zugeordneten Adresse, auf der rechten Seite, verknüpfen wir nun eine Adresse. Ich suche nun nach einem Herrn Schmidt und finde diesen auch direkt in der unteren Auswahl. Scrollen wir etwas nach unten, sehen wir den Button Zuordnen. Der Herr Schmidt wird nun unter Zugeordnete Adresse aufgelistet. Nachdem wir diesen verknüpft haben, können wir unter Terminort nun auch die Adresse von dem Herrn Schmidt hinterlegen. Möchten wir nicht die Adresse von dem Herrn Schmidt, sondern eine Immobilie hinterlegen, können wir unter Zugeordnete Immobilien, ebenfalls unter das Plus-Symbol, eine Immobilie raussuchen. Da mein Betreff schon die Immo-Nummer beinhaltet, wird mir auch direkt eine Immobilie vorgeschlagen. Diese können Sie nun auswählen oder in dem oberen Bereich separat eine Immobilie suchen, zum Beispiel nach Immo-Nummer, nach dem Kaufpreis, nach Eigentümer. Auch hier scrolle ich wieder nach unten und kann über Zuordnen die Immobilie hinterlegen. Anschließend finde ich unter Terminort nun sowohl die Adresse als auch meine Immobilie. Möchten wir nun Kollegen zu diesen Terminen hinzufügen oder tragen diesen Termin für einen Kollegen ein, kann der Benutzer unter Zugeordnete Benutzer und Ressourcen gesucht werden. Klicken Sie in das Feld, erhalten Sie direkt den Vorschlag, sich selbst als Benutzer auszuwählen oder alternativ, wenn Sie einen Benutzer suchen, können Sie auch diesen direkt auswählen. Benutzen Sie Gruppen, können Sie über den Reiter Gruppen auch eine ganze Gruppe hinzufügen. Unter Ressourcen finden Sie standardmäßig einen Konferenzraum und ein Firmenfahrzeug. Auch diese Auswahl kann in der Administration erweitert werden. Für dieses Beispiel füge ich nun ein Firmenfahrzeug hinzu. Meine Auswahl umfasst nun mich selbst als Benutzer, meinen Kollegen Herrn Karls und ein Firmenfahrzeug. Diesen Termin trage ich nun nicht für mich selbst ein, daher entferne ich mich direkt aus diesen Terminen über das kleine X-Symbol auf der rechten Seite. Nachdem dieser Termin nun gespeichert wurde, erkennen wir in der Hauptübersicht den Besichtigungstermin inklusive Wegzeit. Der Termin wird gelb dargestellt, da es nicht mein eigener Termin ist, sondern der Termin von den Herrn Karls. Über die Aktionsleiste in dem Termin könnten wir nun schon eine Terminbestätigung verschicken. Über Anlegen könnten wir eine Aufgabe oder einen Prozess zu diesem Termin erstellen oder über weitere Aktionen diesen Termin herunterladen, duplizieren oder löschen. Außerdem können Sie jeden Benutzer Ihrer Bürogruppe informieren. Das bedeutet, dass jeder Benutzer Ihrer Gruppe eine E-Mail erhalten würde, dass dieser Termin stattfindet. Eine weitere sehr hilfreiche Funktion ist der Termin Slot Finder. Möchten Sie Termine für mehrere Benutzer erstellen, müssen Termine natürlich auch koordiniert werden. Damit Sie nun nicht in jedem Kalender wechseln müssen, um zu schauen, wann welcher Benutzer Zeit hat, kann der Finder genutzt werden. Tragen Sie unter Arbeitszeit den Zeitraum ein, wann der Termin stattfindet und gegebenenfalls, welche Pausenzeiten berücksichtigt werden sollen. Für dieses Beispiel trage ich nun 10 Uhr bis 12 Uhr ein und die Pausenzeit stelle ich von 13 bis 14 Uhr ein. Außerdem kann ein Zeitraum eingestellt werden, zum Beispiel für die nächsten zwei Tage. Mit Termin suchen schauen Sie nun, wann die eingetragenen Benutzer in den nächsten zwei Tagen noch Zeit für diesen Termin haben. Wählen Sie einen Eintrag aus und legen den Termin mit Termineintragen fest. Neben den Grunddaten des Termins gibt es noch den Reiter Optionen. Unter der Kategorie Erinnerung kann nun eingestellt werden, ob Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Terminerinnerung verschicken möchten. Tragen Sie hierbei 15 Minuten ein, erhalten Sie Zugriff auf den Punkt E-Mail, Pop-up oder SMS. SMS ist hierbei ausgegraut, da mein Adressdatensatz keine Mobilnummer hinterlegt hat. Außerdem können Sie auswählen, an wem Sie die Erinnerung verschicken möchten. Alle hinterlegten Adressdatensätze, nur die verknüpften Benutzer oder nur die verknüpften Adressen. Die Funktion Pop-up ist für Benutzer hilfreich, die mit OnOffice Enterprise arbeiten, da diese dann ein Pop-up mit den Termininformationen erhalten. Wenn Sie nun sagen, ja, eine Erinnerung soll verschickt werden, jedoch nicht an Teilnehmer, die den Termin abgesagt haben, dann können Sie die untere Funktion nur bestätigte Teilnehmer anhaken. Somit erhalten nur die Teilnehmer eine Erinnerung, die auch tatsächlich an den Termin teilnehmen werden und zugesagt haben. Nun könnte es sich natürlich auch um einen Wiederholungstermin handeln. Wenn man zum Beispiel wiederkehrende Ereignisse wie Besprechungen hat, kann unter Wiederholung eingestellt werden, in welchem Intervall diese stattfinden sollen. Unter Art kann ich nun einstellen, ob dies täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder ganz individuell eingestellt werden soll. Benötigen Sie jetzt zum Beispiel eine Wiederholung, die alle zwei Tage erfolgen soll, stellen Sie diese Auswahl auf Individuell und unter Individuell alle zwei Tage. Über Beginn, Ende und Ende offen geben Sie den Zeitraum an. Dieser Termin beginnt am 27.8. und könnte am 28.8. enden. Oder ich sage, das Ende ist offen. Serientermine bekommen außerdem eine Meldung in dem oberen Bereich. Möchten Sie nun zum Beispiel nach einem Besichtigungstermin eine E-Mail verschicken, die Feedback anfordert, zum Beispiel, ob die Immobilie gefallen gefunden hat oder ob es etwas Störendes gab, können Sie dies unter Termin-Nachbereitung einstellen. Beachten Sie bitte, dass die Termin-Nachbereitung nicht für Serientermine aktiviert werden kann. Aus diesem Grund nehme ich die Wiederholung nun wieder raus. Sollten Sie dieses Häkchen nicht aktivieren können, obwohl es sich nicht um einen Serientermin handelt, müssten Sie noch weitere Einstellungen in den Grundeinstellungen vornehmen. Wechseln wir daher kurz in die Grundeinstellungen über Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen und zu dem Reiter Automatisierung. Als erstes finden Sie den Unterreiter Termin-Nachbereitung. Hier können Sie nun einen Einstellungstext sowie eine Grußzeile definieren. Unter weitere Einstellungen legen Sie Ihre E-Mail-Vorlage fest, die verschickt werden soll. Wichtig zu beachten ist, dass das Makro Rückmeldung Termin in der Vorlage hinterlegt wird, damit die Automatisierung funktioniert. Außerdem kann festgelegt werden, bei welchen Terminarten eine Termin-Nachbereitung Termin-Nachbereitung aktiviert und in welchen Versatz verschickt werden soll. Über Standardwerte können Sie den kleinen Bearbeitungsstift nutzen und genau auswählen, für welche Terminarten die Termin-Nachbereitung aktiv werden soll. Der Versatz in Stunden kann nun 24 Stunden, nachdem der Termin stattgefunden hat, aber auch jede andere beliebige Zahl enthalten. Außerdem gilt es die Funktion Termin-Nachbereitung nur an Teilnehmer verschicken, die bestätigt haben. Haben Sie somit eine Termin-Bestätigung verschickt und der Empfänger hat den Termin zugesagt, erhält der Empfänger im Nachhinein eine Termin-Nachbereitung. Auf der rechten Seite lässt sich das Makro Rückmeldung Termin weiter konfigurieren. Hierbei haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Texte zu hinterlegen für die einzelnen Auswahlpunkte der Rückmeldung. Das bedeutet, welcher Text wird angezeigt, wenn der Empfänger zum Beispiel auswählt, wenn die Immobilie gefällt. Wurden diese Einstellungen vorgenommen, kann nun die Termin-Nachbereitung aktiviert werden. Der Versatz in Stunden ist hierbei vorausgewählt, außer Sie möchten diesen manuell im Nachhinein noch ändern. Unter Sonstiges finden Sie Boxen, um diesen Termin privat zu kennzeichnen. Folglich sehen Ihre Mitarbeiter dann, dass von Ihnen ein Termin eingetragen wurde, jedoch nicht, welchen Betreff, Notizen oder Terminarten dieser beinhaltet. Des Weiteren kann der Termin dann aber auch nicht mehr von den anderen Benutzern geöffnet werden. Der letzte Punkt unter Optionen auf Webseite ist für die Veröffentlichung von Terminen gedacht. Wenn Sie eine Webseite von OnOffice haben, können Sie bei Ihren Immobilien mögliche Besichtigungstermine anzeigen lassen. Ihre Interessenten können auf diese Weise ganz einfach Ihren Wunschtermin auswählen und sich für eine Besichtigung anmelden. Der Betreuer der Immobilie wird anschließend per E-Mail über diese Sofortanfrage informiert. Dieser Punkt erscheint allerdings nur, wenn Sie als Terminart Besichtigung eingetragen haben und ein Objekt verknüpft ist. Unter dem Reiter Dateien können Sie Ihre Dokumente hochladen, die zum Beispiel schnell parat sein müssen, wie Schlüsselübergaben oder weiteres. Die Funktion Check-In und Check-Out ist für die OnOffice-App gedacht, in der Sie sich in einem Termin einchecken und gegebenenfalls einen Fragebogen nutzen können. Unter diesem Reiter wird protokolliert, wann sich ein Benutzer ein- oder ausgecheckt hat. Unter Datensatzinformationen können Sie einsehen, was schon alles mit diesem Termin passiert ist. Möchten Sie wissen, wer diesen Termin bearbeitet hat und was genau verknüpft wurde? Rufen Sie die Datensatzinformationen auf und haben eine komplette Übersicht über alle Aktivitäten des Termins. Gehen Sie über einen dieser Einträge mit der Maus, finden Sie auf der rechten Seite ein Lupensymbol. Über diese Ansicht können Sie nun genau sehen, was der alte Wert und der neue Wert war. Schauen wir uns nun noch einen Serientermin an, denn dieser besitzt noch eine Besonderheit. Haben Sie sich zum Beispiel eine Konferenz als Serientermin eingetragen, stellen aber fest, dass der letzte Termin ausfällt. Dann können Sie den Punkt unter weitere Aktionen Termin aus Serie nehmen nutzen. Somit würde die Serie ohne diesen einen Termin fortgesetzt werden. Dieser Termin könnte dann ganz individuell bearbeitet oder sogar abgesagt werden, ohne dass die ganze Serie beeinflusst werden würde. Kommen wir nun zurück zu unseren neuen Terminen und der Terminbestätigung. Bei der Terminbestätigung öffnet sich Ihr E-Mail-Fenster und Sie erkennen direkt in roter Schrift, dass die Empfänger sich unter getrennte Empfänger befinden. Schauen wir uns somit den Reiter getrennte Empfänger an. Alle Adressen oder Benutzer mit einer E-Mail-Adresse werden hier aufgelistet, können aber auch separat wieder entfernt werden. Über das kleine Häkchen unter An würde nun zum Beispiel der Herr Karls keine Terminbestätigung erhalten, der Herr Schmidt jedoch schon. Außerdem erkennen Sie, dass das Objekt ebenfalls verknüpft ist, da dieses in den Terminen hinterlegt wurde. Das hat den Vorteil, dass jegliche Immobilienmakros in der Terminbestätigung genutzt werden können. Der Inhalt meiner E-Mail beinhaltet überwiegend Terminmakros. Somit würde zum Beispiel ausgegeben werden, hiermit bestätige ich den Termin, anschließend der Betreff, die Uhrzeit und das Datum sowie der Terminort. Mit Terminlink Rückmeldung würde der Empfänger die Möglichkeit erhalten, zu- oder abzusagen und mit Terminadressroute erhält der Empfänger außerdem eine Routenplanung über Google Maps. In der Vorschau werden die Makros nun aufgelöst. Der Link für die Zu- oder Absage wird jedoch erst bei dem Versenden der E-Mail eingefügt. Alle Empfänger bekommen dann die Möglichkeit, zu- oder abzusagen. Da wir den Terminort hinzugefügt haben, erhalten die Empfänger außerdem eine Wegbeschreibung über Google Maps. Wenn ein Empfänger den Termin bestätigt oder absagt, werden sie per E-Mail darüber informiert. Außerdem wird in dem Termin unter der verknüpften Adresse die Bestätigung gesetzt. Hat der Empfänger somit zugesagt, wird unter diesem Feld bestätigt eingetragen. Gesendet bedeutet, dass eine Terminbestätigung versendet wurde und abgesagt, dass der Empfänger nicht teilnehmen wird. Diese Einträge können Sie jedoch auch manuell ändern, wenn Sie zum Beispiel eine Zusage telefonisch erhalten. Nun kann es etwas umständlich sein, wenn Sie zu jedem Termin eine Adresse und Immobilie verknüpfen möchten. Aus diesem Grund können Sie bei den Adressen in der Aktionsleiste unter Anlegen ebenfalls einen Termin erstellen. Das gleiche gilt für Immobilien. Auch hier befindet sich in der Aktionsleiste unter dem Punkt Anlegen die Möglichkeit, einen Termin zu erstellen. Über diesen Weg können Sie entweder eine Immobilie oder eine Adresse mit einem Termin verknüpfen. Möchten Sie jedoch beides zeitgleich hinterlegen, kann dies über die Immosuche oder Interessentensuche gelöst werden. Schauen wir uns dies exemplarisch für diese Immobilie einmal an. Im Reiter Interessenten können Sie nun ein oder gleich mehrere Adressen auf der rechten Seite auswählen. Für dieses Beispiel nehme ich nun den Herrn Schmidt und den Herrn Schmitz. In der unteren Aktionsleiste unter Termin sagen wir nun Termin erstellen. Es öffnet sich das schon bekannt Fenster und wie Sie erkennen sind beide Adressen und die Immobilie verknüpft. An dieser Stelle könnten Sie nun mit der Bearbeitung fortfahren. Und das war es auch schon mit unserem Schulungsvideo für die Terminverwaltung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen wie immer gerne in die Kommentare reinschreiben und über Feedback würde ich mich ebenfalls per Kommentar sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.